Okay, hier haben wir schon Stopp, einberufen, 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 einberufen. In hier, in hier. So. Let's go. Reifen die alle an, schön. Wo ist Emelie? Ah, Raka kommt. Das muss schneller gehen. Raka. Du kümmerst dich um den hier. Was macht Sander? Gar nichts. WTF? Die werden ja auch geschlachtet von denen. Okay, hier wächst noch gar nichts. Was tut hier? Ah, ihr könnt ja noch gar nichts machen, weil ich, dass die Einberufung aufheben muss. Genau. Jetzt schlafen alle eine Runde. Silizium. Oh, davon kann man Silizium. Gerne. Okay, nice. Sie behandelt unsere Runden. Sehr schön. So. Die Felsen brauchen. Aber. So. Boah. Also, dann müssen die sich jetzt ein bisschen weiter, weiter weg. Anders geht's also nicht. So. Die haben so viel zu tun und schlafen lieber. So. Das muss man nicht verstehen, ne? So. Der Wald hier muss weg. Der Wald hier muss weg. So. 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 So, 추ck balance ich das. So, die Skiatasiure hat der Schreckpunkt des Didnkens in ihrem Recht zielern. Okay, was ist denn hier los? Eine neue Entdeckung. Das heißt, wir können jetzt selber Bäume ampflanzen. Na endlich. Nice, nice, nice. Aber am besten hier so hin. Großflächig Bäume ampflanzen. Boah, der transportiert so viele Bäume. Huch. Okay, cool. Noch ein bisschen unser Unterschlupf vergrößern. So. Dann sieht das auch schon besser aus. Essen, geht spazieren. Warum gehst du spazieren? Wir brauchen dich. So. Das hier ist nix. Hier verschwinden die Bäume nach und nach. Das ist sehr gut. 30 mal. Hier ist alles in Ordnung. Hier Gemüsesuppe. Nicht genügend Ressourcen. Okay. Steht hier an. Noch nichts. Produktion Schmelzöfen. Habe ich ja schon einen. Befestigung Holz. Achso. Jetzt können wir das bauen. Die Palisade. Okay. Wir können auch einen Turm bauen. Nice. Waffen werden geschmiedet dann. Und das mal. Und dann. Nächster General. Boah. Nein. Strimmann. Läber Raumschiff abbrüß. Hinweis Stromnetze. Du hast jetzt Zugang zu Stromerzeugungen und Verbrauchern erhalten. Dadurch eröffnen sich die zahlleiche neue Möglichkeiten für deine Basis. Du kannst die elektrischen Nutzung mit der Vitaum machen. Während der Forscher deine Erzeugung abhängt von der aktuellen Situation, die ist generatet davon alle zwei Tage 20 einen flüssig Treibstoff und Energiezellen, generatet davon alle 20 Tage einen Energiezellen. Solarkollektoren sind nur tagsüber die Stromerzeugung von weniger als von der aktuellen Strecke abhängig. Setze Strommasten ein, um mit Zeugung und Verbraucher zu verbinden. Neue Verbindungen werden durch gelbe Kabel hergestellt. Ok. Naja, dann probieren wir es mal. Stromm. So, noch ein Strommast. Dann baller ich. Hier so hin. Und jetzt Produktion. Elektroherd. Ok. Ja, aber die einzelnen Dingens. Mal schauen, was da noch geht. Ok. 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 Mal gucken, wie der mit dem... Oh. Ja, nice. So, schlachte mal das Vieh. Come on. Let's go. So, der erste Strom, was ist gebaut. Jetzt müsste ich doch irgendwo her, die jetzt. Stromdienst backen. Hey, nicht? Was ist das? Wtf? Ich habe noch keine Zeugung umgeschautert. Fahri. Wtf? 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 Das hier plündern, so wie das hier, leicht kriegen wir ja das, was hier wollen, was unsere Forschung angeschlossen ist. So. 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 Ich abbrechen, totulie. Naja. Ah, man merkt, ich bin, ah, richtig groß. Und ich merke es richtig, richtig gut. Okay, perfekt. Hier liegen so viele Trümmer herum. Ja, das wird nice. Das seh ich. Hier seh ich uns. Zwar nicht auf... Zwar nicht auf Ewigkeit, aber für eine Zeit lang... Ja, das wird uns definitiv Spaß machen. Ah, jetzt können wir... Unendlich... vernünftige Häuser bauen, nicht mehr diese Ziegeln... Äh... Okay, die werden kommen. Gut. Aber wir speichern mal das Ganze. Project 9to5, speichern wir. Gut. Und dann benötige ich mich für's Zuschauen. Ich bin... Ich hau mich direkt ins Bett. Dann sehen wir uns das... Nächstes Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Peace. Das sind her flock.